Alles klar, weiter geht's. Die Terraner müssen hier etwas sehr Wertvolles verstecken. Technologie dieser Größenordnung? Dazu sind Arcturus Ingenieure nicht in der Lage. Vielleicht haben sie Hilfe von einer höheren Macht erhalten. Wenn es Antorten gibt, dann im Inneren. Dieser Ort besteht aus Stein und Metall. Warum? Bist du nicht beeindruckt? Die Uhrzeig könnten so etwas nicht bauen. Ich brauche keine Mauern. Ich entwickle einen Panzer. Ich brauche keine Waffen. Ich entwickle Klauen. Mit Werkzeugen kann man etwas schaffen, das stärker ist als dein Panzer oder deine Klauen. Werkzeuge? Bleiben du gleich? Ich sammle dich. Ich sammle dich. Ich entwickle mich. Ja, entwickle dich. So, gucken wir, haben wir was Neues hier. Aber Arcturus will nicht mit mir reden. Schade. Gut. Äh, ja, ja. Gut. Die Vorhut deines Schwarms kontrolliert den Eingang zum Labor. Die Hybriden warten im Inneren. Jagen wir sie zur Hölle. Zur Hölle. Alles klar. Ja. Beeil dich. Ich habe einen Kampf zu führen. Ich muss dich von dem Wesen warnen, dass dieses Labor leitet, Doktor Narut. Ich muss mich von dem Wesen warnen, dass dieses Labor leitet, der den Kopf der Jahre eine Formel angenommen hat. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Also ist er kein Terraner. Pothos? Er kann nicht zerk sein, das wüsste ich. Nichts davon. Er ist der Diener eines uralten Xel-Nager namens Amon. Ich habe auf Zerus von Amon gehört. Er ist tot. Nun, seine Schöpfung lebt weiter. Narul ist die gefährlichste Kreatur, der dir begegnet ist. Und dort drin wirst du ihm gegenüberstehen. Wir sind drin. Kerigen, in diesem Labor befindet sich die Krönung von Naruls Forschung. Hybride. Sie sind die ultimative Waffe für die letzte Schlacht. Die Hybriden erwachen es. Was geschieht mit dir? Er greift mich psionisch an. Schwächt mich. Bleibt stark. Töte den Hybriden oder wir sehen alle den Untergang geweiht. Okay, dann wollen wir schon mal schnell kaputt machen da. Macht euren Frieden. Wo ist er? Äh. Gewagt. Ach, doch, hier. Töte den Hybriden, bevor dies ein Angriff umbringt. Oh. Erledigt ihn. Sofort. Wir erzählen alle Waffen. Super. Hui. Ich bin der Schwarm. Wir kennen keine Geschwärten. Wir vielleicht nicht. Schleusern halten wirklich viel aus. Ja, so. Hat mich getroffen. So. Der Hybride ist tot. Aber es wird nicht der letzte gewesen sein. Nö. Du bist hier nicht willkommen, Kerigen. Na gut. Meine Königin. Ich habe überall im Labor aktive Psi-Signaturen von Hybriden festgestellt. Da, da. Da. Okay. Na dann. Äh. Schocken wir noch zwei da rein. Ich will schon mal die zweite bauen jetzt hier. Lass mal nur auf. Darauf gehen. Lass mal aufbauen ein bisschen. Ich geh mal, schätze ich mal zu denen da unten als erstes wieder hin. Es sei denn, ich hatte keine... Es sei denn, ich muss woanders hin. Okay. Ich höre jetzt mal, der ist am nächsten dran. Also... Wird der, denke ich mal, als nächstes schon dran kommen. So, ich brauch ne Schabenhöhle. Oder will hier eine haben. Hier, drei, geht da ran. Nein. Da, na. Mineralien. Minerals. Na, na, na. Rammt schon. Ich will weitere Zerklinge haben. Und... Alles Mögliche will ich haben. Ich brauch Overlords. Kommt, putzschne ab. Aha. So. Dann geht der schon mal weiter hier hoch jetzt. So, Overlord. Okay. Gib mir Overlords. Ach, man. Ich... Immer so von Anfang an, auch von dort immer so lange. Äh... Lalalala. Kommt schon. Dann haben wir unseren Overlord. Äh... Äh... Hammergeil. So. Wo sind sie denn? Oh, cool. Laboraboot X1. Los, mach kaputt. Mach. Boom, boom, boom. Und? Macht er mich? Ah, boom. So, Attacke. Ach, ich liebe diesen Sturmangriff. Der macht voll viel Damage. Zählt. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr hier. So. Overlord, baue ich jetzt auch noch einen. So. Ich brauche sieben Hybriden, aber ich sehe nur drei. Na gut, die Map ist auch noch recht groß. Mal gucken. Huch. So. Ähm... Ah, okay. Okay. Oh, super, das ist gar nichts. Zerkligen sind schon alle weg. Super. Was du heute kannst besuchen, längst komm. Los, auf den Trufter. Zack. Macht kaputt. Und da kommen die ganzen Zerklinge wieder. So. Zum Glück habe ich ganz viele Schaplinge. Und das war's. Kontrollbaut. So. Weniger. Jetzt kontrolliert der Schlamm diesen Bereich des Labors. So, ich will einen Hydraliskenbau haben und am besten gleich noch hinterher einen Schössling. Damit ich alles schön bauen kann hier. So. Okay, wir gehen noch jetzt mal ein bisschen hier. Oder warte mal, ihr könnt euch eingraben, das geht eigentlich schneller. Äh... So. Achso. Gut. Ein paar Schab... Schaben... Evolutionskammer und Bau- oder Schwarmstock. Ah, warte mal. Ich baue auch noch mal eine Evolutionskammer, damit ich auch diese Scheusale... Sagen wir mal bauen, also morphen kann. Weil die halten doch schon gut aus, die Viecher. Ja, doch, die halten recht viel aus. So. Gut, das kann ich alles bauen, bis auf Versäucher und Scheusale. Ich werde vergelten. Noch Scheusale baue ich noch, die Versäucher glaube ich ja weniger. Ich bin irgendwie trotz dessen nicht so ein Fan von denen. Also schon, aber ich habe jetzt... Ich komme nie in Kampfe nie dazwischen zu, die Fähigkeiten anzusetzen, also bringt das an sich nichts. Auf den Heiler. Macht eure Frieden. Teeh... Das war's. Oh Mann. Oh, die sind noch da. Okay. Ja. Könnte ich jetzt eigentlich auch zu zählern maufen, aber ich weiß nicht. Ich bin jetzt... Ich brauche jetzt gerade nicht dessen. Also jetzt schon, aber... Ich muss jetzt nicht wirklich... Viel dazwischen in dieser Mission, schätze ich mal. Könnte noch mal später vielleicht noch nützlich sein. Falls ich gegen diesen Naruto kämpfe, falls das ein Boss sein sollte oder so. Könnte das schon recht hilfreich sein. Mach ich später nochmal. Ach, 200 kosten die. Hä? Oh, Brutalisken? Wo denn? Wo, 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 wo? Ja, super. Zeigen sie mir nicht. Das ist aber fies. Gibt auf jeden Fall zwei Stück. Okay. Ja. Komm, Zäcklinge. Zäcklinge, die kriege ich ja immer wieder. Das ist cool. Dann brauche ich die nur einmal bauen und das war's. Ich könnte die auch zum Berstling machen. Dann schön draufkloppen damit. So, bis der nächste aktiviert wird, einer von den beiden, mach, baue ich erstmal auf jetzt. So. Gucken. Wie lange das dauert? Ja, genau. Schwarmkönigin könnten auch ganz hilfreich sein. Sporenkrabbel. Ein weiterer Hybrid wurde freigelassen. Sie müssen vernichtet werden. So. Gehen wir mal da hoch. Ähm, da? Ich muss, glaube ich, höher. Ich weiß nicht, ob das so was bringt. Ich glaube, ich kann mir einfach von einem dem vorbeischleichen. Ah, gut. An den haben wir nicht. Oh, holt den da runter. Kann ich hier anspringen? Naja, nix. Wah. Und da ist er. Keine Grenzen. Keine Gnade. Der Schwarm erbe weit allem. Okay. Zack, los, mach kaputt. Ne? Warte mal. Warte, fuck, das sind drei? Ein weiterer Hybrid wurde getötet. Einen? Das waren drei. Oder haben die jetzt... Ah, da haben wir den. Kirigan, du gehst mal da ran. Oh. Nein, der gehört mir. Ha, ha, ha. Oh, in der Reihe. Noch mehr? Nee. Na gut, können wir mal gucken, was hier ist. Ich werde Vergeltung üben. Einheiten, Gegner. Ah. Ah. Das war eine zweite Basis sozusagen. Könnte ich. Obwohl ich eigentlich nicht wirklich brauche, noch nicht. Expandieren brauche ich noch nicht. Das lohnt, glaube ich, noch nicht wirklich. Wenn es überhaupt nicht irgendwann mal lohnen sollte. Zu expandieren hier. Ja. Vielleicht später. Ich gebe es gleich mal im Auftrag. Wie viel kostet denn hier? 300. Okay. Ja, momentan habe ich eigentlich voll viele Einheiten. Butter-Lisken habe ich jetzt voll das riesen Vieh hier, oder? Heh. Okay. Was für ein Schamkirchen? Ah, die kann auch Griecher-Tumorisch machen. Gut. So, dann brauche ich nicht von da oben hier oben drunter zu kommen. Kann er eigentlich jetzt weiter da hoch gehen, doch. Damit die schneller da oben sind. Falls ich eine Drohne da runter schmeiße. Ich brauche Overlords. Kommt. Komm. Overlords. So. Ja, da kommen wieder welche. Attacke. Oh, die kommen sogar mit Panzer. Warte mal. Was ist hier eigentlich? Hier sind auch welche. Haben die hier eine Basis? Jo. Lol. Die haben hier eine fette Basis, Mann. Was soll das? Das war ein Fehler, wo wir zu kommen, ganz ehrlich. Ah, Mann. Zack. So, jetzt könnt ihr mich mal, ganz ehrlich. So, jetzt. Bau ich mal. So. Ernsthaft, ey. Hm. Ne, geil. Doch, kann ich. Ja, komm, das hier macht schon kaputt noch hier. Das ist ja nicht mehr viel hier. So, jetzt. Was ist denn hier noch? Boah, komm, ist doch nicht wahr. Mann. Wie viel zieht der mir irgendwie pro Sekunde was ab oder so? Regeniert Trefferpunkte. Ja. Das ist... Ich kann mich ja selber heilen. Das ist ja... Ich kann nicht sterben. Ich bin... Impos... Ich bin immortal, so. Das heißt. Ich bin...